Lektion 161. Warst du schon einmal auf einem Abenteuer? Hi Anna, warst du schon einmal auf einem Abenteuer? Oh ja, ich habe in meinem Leben schon einige Abenteuer erlebt. Was ist mit dir? Nun, ich war noch nie auf einem richtigen Abenteuer, aber ich wollte schon immer eines erleben. Du solltest auf jeden Fall auf ein Abenteuer gehen. Es macht so viel Spaß und ist aufregend. Aber ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Auf was für ein Abenteuer sollte ich gehen? Wie wäre es mit einem Wanderabenteuer? Sie können die Natur erkunden und einige atemberaubende Ausblicke genießen. HMM, ich weiß nicht. Ich bin nicht sehr gut im Wandern. Nun, wie wäre es mit einem kulinarischen Abenteuer? Sie können neue und exotische Lebensmittel aus der ganzen Welt probieren. Das klingt jetzt eher danach. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Großartig! Oder wie wäre es mit einem Rot-Trip-Abenteuer? Sie können verschiedene Städte und Gemeinden erkunden und sehen, was jede zu bieten hat. Das klingt super. Ich wollte schon immer einen Rot-Trip machen. Siehst du, es gibt so viele verschiedene Abenteuer, die du erleben kannst. Du musst nur den finden, der zu dir passt. Lektion 162. Haben Sie den neuesten Werbespot für dieses neue Produkt gesehen? Hi, Anna. Hast du den neuesten Werbespot für das neue Produkt gesehen? Nein, habe ich nicht. Worum geht es? Es ist für dieses neue Haarprodukt, das verspricht, ihr Haar glänzender und glatter zu machen. Oh, das brauche ich nicht wirklich. Mein Haar ist schon ziemlich glatt. Nun, du solltest es dir trotzdem ansehen. Der Werbespot ist so komisch. Wirklich? Inwiefern ist das so? Der Werbespot zeigt eine Frau mit grausem Haar, die die Straße entlang geht, und jeder, an dem sie vorbeigeht, hält sich die Augen zu und rennt weg. Haha, das klingt ziemlich lustig. Und dann probiert die Frau das neue Haarprodukt aus und plötzlich ist ihr Haar glatt und glänzend. Und jeder, an dem sie vorbeigeht, gibt ihr High Five und hebt die Daumen. Das ist eine ziemlich clevere Art, für ein Haarprodukt zu werben. Ja, es hat definitiv meine Aufmerksamkeit erregt. Ich muss es vielleicht selbst ausprobieren. Nun, wenn es dein Haar so glatt und glänzend macht, wie es der Werbespot zeigt, dann zähle ich auch dazu. Lektion 163. Kann ich dich um einen Rat bitten? Hi Anna, kann ich dich um einen Rat bitten? Wozu benötigen sie natürlich Rat? Nun, ich denke darüber nach, dieses Mädchen, das ich wirklich mag, um ein D zu bitten, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ihr genauso geht. HMM, das kann schwierig sein. Hast du versucht, mit ihr zu sprechen und sie besser kennenzulernen? Ja, wir haben uns ein paar Mal unterhalten und ich denke, wir haben viel gemeinsam. Nun, dann klingt es so, als ob du es einfach versuchen und sie um ein Lied bitten solltest. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist Nein. Du hast recht, ich muss nur den Mut aufbringen, es zu tun. Genau. Und wenn sie Nein sagt, dann ist das nicht das Ende der Welt. Es gibt viele andere Fische im Meer. Danke für den Rat, Anna. Du weißt immer genau, was du sagen musst. Kein Problem. John. Dafür sind Freunde da. Lektion 164. Glaubst du, dass unsere Stimmungen die Menschen um uns herum beeinflussen können? Hi Anna, glaubst du, dass unsere Stimmungen die Menschen um uns herum beeinflussen können? Definitiv. Wenn jemand glücklich und positiv ist, kann das den Raum wirklich aufhellen. Ja, und auf der anderen Seite, wenn jemand schlechte Laune hat, kann das die Energie der ganzen Gruppe senken. Das ist so wahr. Ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wie unsere Emotionen andere beeinflussen können. Und du weißt, was man sagt, Lachen ist ansteckend. Ja, das ist es auf jeden Fall. Immer wenn ich jemanden lachen höre, kann ich nicht anders, als mitzulachen. Ich denke, das ist der Grund, warum lustige Filme und Fernsehsendungen so beliebt sind. Sie können deine Stimmung wirklich heben und dir ein gutes Gefühl geben. Genau. Es ist erstaunlich, wie sehr unsere Emotionen uns und die Menschen um uns herum beeinflussen können. Sorgen wir also dafür, dass wir überall Positivität und gute Laune verbreiten? Absolut. Lass uns der Grund sein, warum heute jemand lächelt. Lektion 165, hast du den Preis des neuen iPhones gesehen? Hi Anna, hast du den Preis des neuen iPhones gesehen? Nein, habe ich nicht. Wie viel ist es? Es sind fast 1000 Dollar. Kannst du das glauben? Wow, das ist eine Menge Geld. Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Ja, ich auch nicht. Ich meine, wer hat so viel Geld, dass er für ein Telefon ausgeben kann? Reiche Leute, schätze ich. Oder Leute, denen es nichts ausmacht, Schulden zu machen. Haha, ja. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, nur für ein neues Handy Schulden zu machen. Ich auch nicht. Ich bleibe vorerst bei meinem alten Handy. Es ist vielleicht nicht das Neueste und Beste, aber es erledigt den Job. Das ist ein gutes Argument. Manchmal müssen wir priorisieren, was wir uns leisten können und was wir wirklich brauchen. Exakt. Und wer weiß, vielleicht bringen Sie in ein paar Monaten eine günstigere Version des neuen iPhones heraus. Ja, oder vielleicht gewinnen wir im Lotto und können all die teuren Telefone kaufen, die wir wollen. Haha, ich mag dein Denken, John. XXX Lektion 166 Hast du vor irgendetwas Angst? Anna, hast du vor irgendwas Angst? Nun, ich habe Angst vor Spinnen. Sie machen mir einfach Angst. Spinnen? Das ist alles? Ich habe Höhenangst, Clowns und verliere mich im Wald. Wow, das sind eine Menge Ängste. Wie funktionierst du überhaupt im Alltag? Es ist nicht einfach, aber ich versuche einfach Situationen zu vermeiden, die meine Ängste auslösen. Ich gehe zum Beispiel weder Bunge-Jumping noch schaue ich mir Horrorfilme an. Das ist klug. Ich versuche dasselbe mit Spinnen zu machen. Aber manchmal tauchen sie einfach unerwartet auf. Ja, das ist das Schlimmste. Einmal bin ich im Wald gewandert und eine Spinne kroch mir am Bein hoch. Ich hatte fast einen Herzinfarkt. Oh nein, das klingt schrecklich. Ich wäre schreiend aus dem Wald gerannt. Haha, fast hätte ich es getan. Aber ich habe es geschafft, cool zu bleiben und die Spinne von meinem Bein zu bekommen. Nun, du bist mutiger als ich. Wenn mir das passieren würde, würde ich nie wieder einen Fuß in den Wald setzen. Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich beschütze dich vor allen Spinnen der Welt. Lektion 167. Hast du jemals darüber nachgedacht, ein Haustier zu adoptieren? Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, ein Haustier zu adoptieren? Eigentlich habe ich das. Ich habe darüber nachgedacht, eine Katze zu adoptieren. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung, dass du ein Katzenmensch bist. Ja, ich habe Katzen schon immer geliebt. Sie sind unabhängig und wartungsarm, was perfekt für meinen geschäftigen Lebensstil ist. Du meinst, du willst nur ein Haustier, das dich die meiste Zeit alleine lässt? So etwas in der Artikel. Was ist mit dir, John? Hast du jemals darüber nachgedacht, ein Haustier zu adoptieren? Nun, ich habe darüber nachgedacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, die Verantwortung zu übernehmen. Es ist nicht so schwer, John. Und denk darüber nach, wie viel Freude ein Haustier in dein Leben bringen kann. Das stimmt. Vielleicht fange ich mit einem Goldfisch oder so an. Du weißt, dass Goldfische ziemlich pflegeleicht sind, oder? Oh nein, worauf habe ich mich eingelassen? Mach dir keine Sorgen, John. Ich helfe dir, dich um deinen Goldfisch zu kümmern. Wir können zusammen Tiereltern sein. Lektion 168. Hast du manchmal das Gefühl, dass es überbewertet wird, erwachsen zu sein? Hi Anna, hast du manchmal das Gefühl, dass es überbewertet ist, erwachsen zu sein? Die ganze Zeit, John. Erwachsensein bedeutet Rechnungen, Pflichten und nicht so viel Freizeit. Ich vermisse die Tage, an denen die schwerste Entscheidung, die ich treffen musste, war, welchen Zeichentrickfilm ich mir am Samstagmorgen ansehen sollte. Ich weiß, was du meinst, aber erwachsen zu sein bedeutet auch, mehr Unabhängigkeit und Kontrolle über dein Leben zu haben. Ja, ich schätze, das stimmt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich immer noch ein Kind bin, das vorgibt, erwachsen zu sein. Vertrau mir, John, wir finden es alle gerade heraus, während wir weitermachen. Keiner von uns weiß wirklich, was wir tun. Das ist beruhigend zu hören. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, erwachsen zu sein. Und hey, zumindest können wir jetzt Eis zum Frühstück essen, wenn wir wollen. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht hat es doch einige Vorteile, erwachsen zu sein. Lektion 169. Was haben Sie heute nach der Arbeit vor? Hi Anna, was hast du heute nach der Arbeit vor? Nun, John, ich habe darüber nachgedacht, ins Fitnessstudio zu gehen, um zu trainieren. Oh wow, ich wünschte, ich hätte diese Art von Motivation. Ich hatte nur vor, nach Hause zu gehen und mir ein paar Fernsehsendungen anzusehen. Ich glaube, ich werde anfangen, mir die neue Sendung anzusehen, von der alle reden, Squid Game. Oh ja, ich habe viel darüber gehört. Aber Vorsicht, John, du könntest süchtig werden und die reale Welt vergessen. Haha, ich werde versuchen, mich zu kontrollieren. Vielleicht mache ich eine Pause und gehe spazieren, wenn es zu intensiv wird. Ja, ich werde versuchen, tödlichen Herausforderungen bei meinem Abendspaziergang aus dem Weg zu gehen. Lektion 170. Wie läuft dein Nachmittag? Hi Anna, wie ist dein Nachmittag? Es läuft ziemlich gut, John. Ich habe gerade ein großes Projekt abgeschlossen und jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Vielleicht hole ich mir einen Snack. Oh, das klingt nach einer guten Idee. Worauf hast du Lust? HMM, ich denke an etwas Süßes. Vielleicht ein Schokoriegel oder ein paar Süßigkeiten. Sie wissen, was man sagt, ein Moment auf den Lippen, ein Leben auf den Hüften. Oh, bitte, John. Ich werde mit einem kleinen Snack keine 10 Pfund zunehmen. In Ordnung, in Ordnung. Komm nur nicht heulend zu mir, wenn du morgen nicht in deine Hose passt. Ich denke, ich werde mein Risiko eingehen. Aber hey, wenn ich am Ende an Gewicht zunichte, gebe ich dir die Schuld, dass du mich mit deinem Jungfut verführt hast. Fair genug, Anna. Gib dem Kerl mit den Naschkatzen die Schuld. Lektion 171. Was denkst du über das heutige Treffen? Hi, Anna. Was denkst du über das heutige Treffen? Ehrlich gesagt, John, ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Gegen Ende wurde ich langsam etwas unruhig. Ja, ihr auch. Aber Sie wissen, was Sie sagen, alles ist gut, was gut ausgeht. Ich denke, das ist eine Art, es zu betrachten. Was haben Sie vor, jetzt, wo das Meeting vorbei ist, zu tun? Nun, ich habe darüber nachgedacht, mir eine schöne Tasse Kaffee zu gönnen. Vielleicht sogar ein schicker Latte. Oh, das klingt nach einer großartigen Idee. Aber vergiss nicht, Koffein kann dich noch unruhiger machen. Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich kann mit ein bisschen Koffein umgehen. Aber wenn ich anfange, von den Wänden abzuprallen, werde ich dir die Schuld geben. Hey, ich bin nicht derjenige, der den Kaffee trinkt. Aber klar, gib dem unschuldigen Zuschauer die Schuld. In Ordnung, in Ordnung. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes nervöses Verhalten. Aber du musst zugeben, eine gute Tasse Kaffee ist das Risiko wert. Lektion 172. Hast du bemerkt, wie wir jedes Jahr älter zu werden scheinen? Hey, Anna. Hast du bemerkt, wie wir jedes Jahr älter zu werden scheinen? Oh ja, ich habe das Gefühl, mit Lichtgeschwindigkeit zu altern. Es ist, als ob wir in diesem unendlichen Kreislauf von Geburtstagen feststecken. Und Falten. Vergiss die Falten nicht. Fui, erinnere mich nicht einmal daran. Ich schwöre, ich habe heute Morgen einen neuen gefunden. Nun, zumindest sind wir nicht allein. Jeder wird älter. Ja, aber manche Menschen scheinen eleganter zu altern als andere. Stimmt, aber ich denke, wir sollten unser Alter und all die Erfahrungen, die damit einhergehen, begrüßen. Das ist eine gute Einstellung. Und hey, wir können jetzt immer die Ausrede Alter vor Schönheit verwenden. Ha! Daran habe ich nie gedacht. Ich muss daran denken, den zu benutzen. Lektion 173. Warst du jemals so stark gegen etwas? Anna, warst du schon einmal so stark gegen etwas, dass es zu deiner Lebensaufgabe wird, dagegen anzukämpfen? Oh ja, ich war dort. Damals war ich gegen Ananas auf Pizza. Wirklich? Ich liebe Ananas auf Pizza. Fui, du bist einer dieser Leute. Entschuldigung, John, wir können keine Freunde mehr sein. Was? Das ist lächerlich. Wir können uns darauf einigen, dass wir uns über Pizzabelöge nicht einig sind. Ich mache nur Witze, John. Aber im Ernst, ich werde immer gegen Ananas auf Pizza sein. Nun, ich bin gegen Spinnen. Sie machen mir Gänsehaut. Oh ja, ich bin definitiv auch gegen Spinnen. Aber was wirst du tun? Sie sind einfach Teil der Natur. Stimmt, aber ich werde immer einen Schuh oder ein aufgerolltes Magazin dabei haben, um gegebenenfalls gegen sie zu kämpfen. Haha, ich kann mir vorstellen, wie du mit einem aufgerollten Magazin gegen eine Spinne kämpfst. Du bist wie ein Superheld, der gegen die Mächte des Bösen kämpft. Hi, ich nehme meine Antispinnen-Mission sehr ernst. Lektion 174. Hast du manchmal das Gefühl, alt zu werden? Anna, hast du manchmal das Gefühl, alt zu werden? Natürlich nicht, John. Alter ist nur eine Zahl. Es kommt darauf an, wie du dich innerlich fühlst. Das ist ein gutes Argument. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Körper mich verrät. Inwiefern ist das so? Nun, früher konnte ich die ganze Nacht feiern und dann am nächsten Tag früh zur Arbeit aufstehen. Jetzt, ein später Abend draußen und ich bin die ganze Woche nutzlos. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Aber mach dir keine Sorgen, John. Es passiert den besten von uns. Danke, Anna. Es ist nur so, dass ich manchmal das Gefühl habe, nicht mehr so jung zu sein wie früher. Nun, Alter ist nur ein Geisteszustand. Du kannst immer noch jung im Herzen sein, egal wie alt du bist. Das stimmt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass mir die Zeit davon läuft, um all die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Unsinn, John. Man ist nie zu alt, um etwas Neues auszuprobieren oder seinen Träumen nachzujagen. Alter ist nur eine Zahl, weißt du noch? Du hast recht, Anna. Danke, dass du mich daran erinnert hast, dass Alter nur ein Geisteszustand ist. Lektion 175 Haben Sie jemals darüber nachgedacht, eine eigene Agentur zu gründen? Hey, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, deine eigene Agentur zu gründen? Eigentlich habe ich das. Ich habe darüber nachgedacht, eine Agentur für digitales Marketing zu gründen. Das ist cool. Wie würdest du es nennen? HMM. Ich habe noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Vielleicht so etwas wie Pixel Perfect Agency. Nett. Mir gefällt es. Mit welcher Art von Kunden würden Sie gerne zusammenarbeiten? Nun, ich denke, ich würde mich auf die Zusammenarbeit mit kleinen Unternehmen und Start-ups konzentrieren. Sie sind diejenigen, die wirklich Hilfe bei ihrer Online-Präsenz benötigen. Das ist eine tolle Idee. Und Sie könnten Ihr eigener Chef sein und von überall auf der Welt aus arbeiten. Ich könnte etwas Hilfe bei meiner Präsenz in den sozialen Medien gebrauchen. Ja. 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 Lassen Sie mich zunächst die Agentur gründen. Lektion 176. Hast du heute viel auf deiner Agenda? Ja. Oh ja, meine To-Do-Liste ist eine Meile lang. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ich kenne das Gefühl. Ich habe heute so viel um die Ohren, dass ich nicht einmal Zeit habe, innezuhalten und nachzudenken. Deshalb priorisiere ich meine Aufgaben immer. Ich achte darauf, die wichtigsten zuerst anzugehen. Das ist eine gute Strategie. Vielleicht sollte ich das versuchen. Das solltest du auf jeden Fall. Sonst wirst du einfach überfordert und bekommst nichts zu tun. Ja, ich möchte nicht die Person sein, die immer eine Million Dinge zu tun hat, aber nie etwas erledigt. Glaub mir, ich kenne das Gefühl. Aber mit ein wenig Organisation und Priorisierung können Sie alles erreichen. Danke, Anna. Du hast immer gute Ratschläge. Dafür sind Freunde da, John. Lassen Sie uns jetzt mit dieser To-Do-Liste beginnen. Lektion 177. Warst du schon einmal in einer wirklich aggressiven Situation? Anna, warst du schon einmal in einer wirklich aggressiven Situation? Oh ja, ich hatte mal einen Streit mit einem Automaten. Warte, was? Wie gerät man in einen Streit mit einem Automaten? Es hat mein Geld gestohlen. Ich steckte meine Münzen hinein und drückte den Knopf für einen Schokoriegel, aber er kam nicht heraus. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Aber wie hast du dich gewehrt? Ich fing an, die Maschine zu schütteln, und dann habe ich versucht, sie zu treten. Aber dadurch fiel der Schokoriegel einfach heraus und traf mich ins Gesicht. Ja, ich schätze, der Automat hat diese Runde gewonnen. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. Es lohnt sich nicht, bei einem Schokoriegel aggressiv zu werden. Das stimmt. Aber manchmal können wir nicht anders. Zum Beispiel, wenn dir jemand im Verkehr die Straße abschneidet. Oh, lass mich erst gar nicht mit schlechten Treibern anfangen. Da kommt meine aggressive Seite zum Vorschein. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wir müssen daran denken, ruhig zu bleiben und uns nicht von unseren Emotionen leiten zu lassen. Du hast recht, John. Wir sollten immer versuchen, die größere Person zu sein, auch in aggressiven Situationen. Lektion 178. Weißt du, wie alt ich bin? Hi, Anna. Weißt du, wie alt ich bin? HMM, lass mich raten. Du siehst aus, als wärst du Anfang 30. Nee, rate nochmal. Oh, es tut mir leid. Ich bin nicht sehr gut darin, das Alter zu erraten. Wie alt bist du dann? Ich bin eigentlich 38 Jahre alt. Wow, du bist älter, als ich dachte. Aber keine Sorge, das Alter ist nur eine Zahl. Das stimmt. Außerdem fühle ich mich im Herzen immer noch wie ein Kind. Ja, ich auch. Manchmal vergesse ich, wie alt ich bin, bis ich meine Falten im Spiegel sehe. Haha, mach dir wegen diesen Falten keine Sorgen, Anna. Du siehst immer noch toll aus. Danke, John. Du bist selbst nicht so schlecht, alter Mann. Hi, lass uns dieses Wort nicht benutzen. Wie wäre es, wenn wir stattdessen erfahren, sagen? Okay, erlebt ist es. Sie sind ein erfahrener Gentleman, John. Und du bist eine erfahrene Frau, Anna. Siehst du, es klingt nicht so schlimm, wenn du es so ausdrückst. Einverstanden. Alter ist schließlich nur eine Zahl. Lektion 179. Hast du dich jemals gefragt, wie die Zukunft aussehen wird? Hey, Anna. Hast du dich jemals gefragt, wie die Zukunft aussehen wird? Natürlich, wer hat das nicht? Ich wette, wir werden alle fliegende Autos und Roboter-Buttler haben. Haha, ja, das wäre ziemlich cool. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zukunft stärker auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ausgerichtet sein wird. Nun, das ist nicht so aufregend, aber ich denke, es ist wichtig. Vielleicht werden wir alle solarbetriebene Hoverboards anstelle von Autos haben. Oh, die Idee gefällt mir. Und vielleicht werden wir Teleports haben, sodass wir sofort an jeden Ort der Welt reisen können. Ja, oder vielleicht leben wir alle in Unterwasserstädten wie in dem Film Saabüs. Oh, ich weiß nicht, ob ich unter Wasser leben möchte. Ich glaube, ich würde lieber auf dem Mars leben. Der Mars? Du meinst wie Mademen in der Marsiana? Genau. Ich werde der erste Mars-Bauer sein, der Kartoffeln in meinem eigenen Kot anbaut. Haha, eklig. Aber es würde mir nichts ausmachen, Weltraumforscher zu sein, neue Planeten zu entdecken und außerirdischen Lebensformen zu begegnen. Das wäre unglaublich. Aber vergessen wir nicht, dass wir uns zuerst um unseren eigenen Planeten kümmern müssen. Ja, du hast recht. Wir müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir eine glänzende und nachhaltige Zukunft für alle haben. Absolut. Und wer weiß, welche anderen coolen und verrückten Dinge die Zukunft bereithält. Wir müssen nur abwarten und sehen. Lektion 180. Warst du in letzter Zeit im Park? Hi Anna, warst du in letzter Zeit im Park? Nein, habe ich nicht. Warum? Haben Sie endlich diese riesige Rutsche installiert? Haha, nein, noch nicht. Aber Sie haben eine neue Schaukel aufgestellt. Es ist so cool. Eine Schaukel? Eine Schaukel? Das ist alles? Was ist daran so cool? Nun, es ist nicht irgendein Schaukel-Sit. Es hat diese Sitze, die sich wie verrückt drehen. Oh, ich verstehe. Du willst nur schwindelig werden und umfallen. Hey, es geht nur um den Nervenkitzel der Fahrt. Du solltest es mit mir versuchen. Ich weiß nicht. Ich will mich nicht blamieren, indem ich herunterfalle. Oh, komm schon. Es ist nur ein kleiner Schaukel. Was könnte schief gehen? Berühmte letzte Worte. Aber okay, ich werde es versuchen. Ja, das ist der Geist. Halte dich einfach fest und versuche nicht zu laut zu schreien. Ich mache keine Versprechungen. Aber falls ich runterfalle, solltest du mich besser erwischen. Keine Sorge, ich bin sofort da, um dich zu erwischen. Und wenn wir beide herunterfallen, fallen wir zumindest zusammen. Haha, das stimmt. Es macht immer mehr Spaß, sich mit einem Freund zu verlieben. Genau. Also lass uns Spaß haben und sehen, wer schneller drehen kann. Du bist dran. Aber ich warne Sie, ich habe eine Geheimwaffe. Ich kann beim Schwingen mit den Ohren wackeln. Danke. Willkommen, um unseren Kanal zu abonnieren. Und wir unterstützen auch mehrere Sprachen von unseren anderen Kanälen. Jetzt ist es auch immer zum Anfang. Ich bin Condit.